PSN-Code trägt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NRG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Zurück zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Heute bei First Sky und zwar mit World2Watch Packs und einem E-Sportler. Und wenn nicht irgendein E-Sportler, sondern der E-Sportler von NRWC und zwar Elias. Tag, Leute. Hallo. Hi, freut mich hier zu sein. Das ist das erste Video, was wir zusammen online quasi aufnehmen. Und dass ich so blöd bin, dass wir gegeneinander noch spielen mit Discard am Ende. Wenn man mal mit Benji irgendwas planen will, dieses Video hätte... Ich hab das Thumbnail seit zweieinhalb Monaten fertig. Ich schreibe ihm, ey, lass uns doch mal bitte das Video aufnehmen. Er lässt mich aufnehmen, antwortet mir nicht. Und jetzt hat er sich endlich dazu getraut, gegen mich zu spielen. Das ist eine ganz freche Lüge, Freunde. Sowas würde ich nie... Ich könnte euch sofort den Chat zeigen. Auf jeden Fall, Leute. Haben wir heute jeweils ein Sommerpack am Start und ein Randompack. Ihr seht, wir haben vier, weil wir nehmen bei Elias gleich auch noch eine Episode auf. Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Schaut vorbei, lasst mal ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare... Keine Ahnung, irgendwas rein. In dem Sinne, ja, danach gibt's den Beifall Sky da drum. Special Card, wie ihr es kennt, mit Zahlen sagen, Pipapo. Lasst einen Daumen nach oben auf den Lachs hier oben drauf, Freunde. Und dann würde ich sagen, wollen wir unser erstes Randompack öffnen. Random? Also das beliebige quasi. Ja. Okay, bist du bereit? Ach, wir machen's gleichzeitig. 3, 2, 1, go. Ein Walkout wär jetzt lecker. Nein. Digga, es gibt so viel Scheiße, wie man die da mal erziehen kann. Brasilien, ZM, Fred. Ich dachte, wir sagen uns die nicht. Achso, die Spieler schon, oder? Müssen wir nicht, achso. Ich dachte, welche sagen wir uns nicht? Die gleich, die wir, genau, genau. Ich hab Piatek, 84er, von Milan. Also ein Walkout? Nee, 82er. Achso, ja. 82er von Milan. Aber der hat gar nicht schlechte Werte. Okay, und dann jetzt das Sommerpack, wo Ronaldo drin sein könnte. Bist du bereit? Ach, ein Sommer? Ich dachte, zweimal beliebig. Nee, ein Sommer und ein beliebiges. Ich hab jetzt zwei. Ja, dann mach beliebig. Ich mach Sommer. Eigentlich scheißegal. 3, 2, 1, go. Bitte ein Walkout. Walkout. Ich hab ein Walkout. Ja, geil, weil die läuft. Hast du? Ja, ich hab einen. Au. Ach Gott. Marez, Marez. Du hast Marez? Ja. 87er. Ich hab 80er Mariano. Ja. Dankeschön, die, ey. Wirklich. Wenn die mal ein Packler gehört, dann ist es irgendwie immer Eli. Ja. Wow. Schon vier Ikonen hab ich gezogen. Wie viel hast du, Benjamin? Ja, durch die Ikonenpacks schon mehr. Ja. Ey, ich hab das auch gemacht. Ich hab da Veron gezogen. 86er Veron. Alter. Okay, dann stellen wir die jetzt ins Spiel rein, ins Team und dann sehen wir uns da. So, wir sind ein Team, Freunde. Ich hab 4, 3, 2, 1. Eli hat 4, 3, 3, 4, ne? Ja. Und dann machen wir den ganzen Lachs jetzt gleichzeitig. Das heißt, ich geh auf Torwart, er geh auf LF und wir drücken in 3, 2, 1. Dreieck. Boom. Wundert euch nicht, warum ich es heute ein bisschen entspannter mache. Eli ist erstes Mal quasi. Und jetzt sagt jeder einem anderen eine Zahl. Sag du als erstes bei mir. Warte, ich komm grad nicht klar. Transfer, Marc. So, jetzt, jetzt hab ich's. Ich sag 3. Hallo? 3. 3? 3. Hallo? Hallo? Ja, jetzt. 3. 3. Okay, ich nehm die 3. Oh. Oh, ja, okay. Du nimmst bitte die 6. Digga, da war ein geiler Spieler, den hätt's mir ruhig mal geben können. Ey, ich hör dich immer so abgehackt, ey, das ist unglaublich. Aber warum nimmt er den jetzt nicht? Ist ab, ist, ähm. Ja, ja, gehen einfach kaufen auf die, ist, auf die, auf Transfer, das sind kauf ihn schnell. Dann machen wir jetzt weiter nach ein bisschen Komplikationen. Nimm ich als einen Innenverteidiger. Ich nehm dann, äh, ZOM. Okay, bist du bereit? Nee. 3. Achso. Jetzt. Hast du? Ja. Okay, ich suche. Oh Gott. Ach, die Scheiße. Sag ne Zahl. 1. Digga, ich hör die Zahlen nie. 1, 1, 1, 1, okay. Ach, du Scheiße. Du nimmst die, auch die 1. Ja, das war der Beste. Guck mal, ich bin Psychospielche, Junge. Psychospielche. Ja, aber wenn ich die jetzt erstmal gekauft habe, bis ich den buchstabieren kann, ist die Welt untergegangen. Ich bin jetzt beim ZM. Bei dir? IVs, ne? Ja, dann nehm ich jetzt einen Außenverteidiger. Bei mir ZM. Besser, ready? 3, 2, 1, go. Die ganzen scheiß Champions League Karten, Alter. Bei dir sind auch Bronzekarten drin, ne? Und Silber? Nein, auf Special haben wir doch gesagt. Ach so. Ich hab die ganze Zeit Gold Karten. Digga, das hättest du mir doch mal sagen können. Ich hab die ganze Zeit Gold Karten reingemacht. Egal. Das ist das Handicap, was du dir verdienst, weil du besser bist. Mach einfach Astrofort Special. Ja, jetzt sag mir schnell ne Zahl. 5. 5? Ja. Ja. Ja, okay, ist in Ordnung. Hast du, bist du ready? Bist du ready? ZM Spezial. Was? Hallo? Ja. Ja, ZM Spezial. Ja, okay, 2. Mein Gott, die Connection ist gerade richtig schlimm, Leute. 2. Meiner geklaut. Ja. So, weiter geht's. Spieler gekauft. Ich mach Innenverteidiger. Und Bach auf Spezial, Eli. Ja, ich mach. Ich mach Spezial. Okay. 3, 2, 1. Ich bin drauf schon. Achso, ich bin schon. Ist ja okay. Dann sag mir jetzt mal was Gutes, bitte. 5. Hast du schon was gesagt? 5. Mein Gott, diese Scheiße hier. Bist du sicher? Ja, safe. Ach Gott. Okay, du nimmst bitte die 1. Na, geht klar. Ah, hast du drinne? Ja, ich hab drinne. Jetzt bei mir LV. Dann mach ich den letzten RV. 3, 2, 1. Die ganzen offensivspieler kommen ja noch. Ja, genau. 3, 2, 1, go. Ui, 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 ui. Wenn du jetzt was Gutes sagst. Bei mir ist eine Ikone. Bei mir ist eine Ikone. Auf LV. Ich sag bei dir 6. Ah, ist in Ordnung. Ich sag bei dir die 2. Ah, yes. Bei mir wäre Roberto Carlos auf der 6 gewesen. Sogar ein Strongling. Woo. Damit ist der Rechtshöriger auf voller Chemie. Okay, ich geh mit dem ersten ZM weiter. Bei mir IV. Okay, 3, 2, 1, Bursti. Oh, ich bin auf Dreamscourt. Transfermarkt. Bei mir gibt es einen guten. Obwohl, er hat auch einen. Nimm mal die 2. Ah, bei mir ist auch einer akzeptabel. Die 2? Ja. Mensch, geil. Richtig geil. Bei mir? Äh, achso, ja stimmt. Ich muss dir auch was sagen. Äh, Nummer 4. Ja, okay. Der hat gestern gespielt, der Mann. Und hat einen riesen Fehler gemacht. Okay, ich mach ein LS bei mir. Ich mach auch ein IV. 3, 2, 1, go. Ui, du könntest einen nehmen, der gestern dabei war. Bei mir gibt es zwei richtig krasse. Nummer 5 bei dir. Was? Nummer 5. 5. Ja, okay. I'll take that. Ganz ehrlich. Es ist sogar noch ein Link und sogar ein Strong Link. Und somit ist der LS auch voller Chemie, meine Freunde. Du nimmst auch die 5. Echt? Raiqat. Fuck? Raiqat. Was? IV Raiqat. Digga, aber das bringt mir gar nichts. Bei mir auch. Rechtsverteidiger bei mir? Okay, bei mir kommt ein ZM. 3, 2, 1. Are you ready for takeoff? Go. Oh, bei mir gibt es einen, den habe ich sogar in Rot. Bei mir gibt es einen, den habe ich schon drin, ne? Aber let's go. Sag mal an. Vier. Oh, wow. Eigentlich ein Stürmer. Wow. Du nimmst die 6. Jawohl, den habe ich in Rot. Dala, 86er. Letzter Spot ist RS bei mir. Bei mir Torwart. Let's go. Sag nichts Falsches. 1. Ich habe gesagt, sag nichts Falsches, Mann. 6. Ich wusste nicht mal, dass der existiert. Ja, Han. Bac. Digga, ich hätte Neuan, das wären die Chemiepunkte gewesen, Mann. Mit so einer EIT-Fallung. Okay, Leute, die Teams stehen. Bei mir und mein RS habe ich dann nochmal gesaved. Ich habe gar nichts gesagt, Bruder. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass du links. Bei mir haben 3 Spieler einfach volle Chemie. Digga, bei mir. Ich habe nur, obwohl es geht, meine Abwehr geht klar, aber vorne geht es gar nicht, Digga. Ich habe einen Spieler, der hat einfach 2 Chemie. Ich lade dich ein. Let's go. Das ist das erste Mal, dass wir gegeneinander spielen, ne? Ja, kann sein. Oh, die 2 Goldkarten sind ja lecker. Eieiei, und eine Ikone hat der Außen. Ja, moin, Leute. Bei mir haben alle vorne die Füchte. Oh, Mariano. Nee, da habe ich übrigens gezogen. Sonst immer meine Ronaldos da vorne. Und jetzt muss ich hier mit so einem Dennis Suarez und Jesse Lingard zappen. Oh, Jungs. Oh, mein Gott. Alter, nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Klärt doch den Ball raus. Sehr, sehr gut. Wow. Ich denke, aber meine offensivspieler sind auch nicht das Kölbe vorbei. Meine Abwehr geht klar, finde ich. Zweiter Pfosten, Junge. LOL, er ist von selbst. Hä? Habt ihr überhaupt was gedrückt, nein, was? Ich habe Kreis gedrückt, aber ich habe auf den zweiten Pfosten geplankt. Komm! Der Übersteiger wollte ja auch noch nie. Mensch, mach mal da drüber. Mach Roulette machen, oder? Ich will dann die Übersteiger. Ja, eine Leckerei ist das. Eine Leckerei, Benjamin. Äh, mir auf. Dennis, du, alles. Ich bin gleich ohnächtig. Das kann doch nicht sein, das ist doch viel zu einfach. Es ist doch... Ja! Klär ihn, Bruder. Wir wartet. Digga, das kann doch nicht sein, wie du da durchkommst. Ich verstehe das nicht. Jawohl, Männer. Ich verstehe es nicht. Wie geht das? Digga, du stehst da hinten wie ein Behinderter. Das ist unglaublich. Ja, weil ich vielleicht auch Chirgi Ritschkic und sonst wen in der Verteidigung stehen habe. Ohne Chemieling. Digga, was ist cooler? Vier Ikonen oder Cristiano Ronaldo zu ziehen? Darüber will ich nicht mit dir diskutieren. Mann, egal. 3-1, das ist immer noch in Ordnung. Walsch gegen Top 100 und so. Ich brauche mehr. Jan behackhacksch. Elfmeter. Ey Schiedsrichter! Was? Das war mal sowas von Elfmeter. Da war kein Ball. Guck mal, du bringst das Ding, weil du so unkreativ bist. Oh mein Gott. Sag, er stellt mich auch kreativ. Digga, wieso geht das? Unkreativ. Komm runter, komm runter. Komm mal runter, Peter. Warum gehen keine Time-Finance bei dir rein? Ohne Sinn. Easy, Mariano. Ich habe noch nie so einen Unverdientes 2-3 gesehen in meinem ganzen Leben. Boah, wie die sich drehen. Tja. Och nö. El Tornado inbound? Ne. Jawoll. Das gibt's da nicht. Digga, aber da ist das Problem, wenn du da gelb triffst, der haut das Ding in die Wolken. Aber das ist einfach so drinne bei mir in dieses Scheiß-Time-Finish. Ich krieg das gar nicht mehr raus, wenn ich das nicht machen wollte. Das gibt es nicht, Mann. Das gibt's. Mach die Augen auf, dann liest du es. Mann. Jawoll. Jana Backeksch. Jana Backeksch. Frühe Flanke. Ich habe halt einfach gar keine andere Idee gegen dich, was ich mit dem Team hier anstellen soll. Ich muss halt Absatz 2. Das gibt's so nicht. Jawoll, Akosta. Wieso bewege ich denn den Torwart? Ja, Mann, Akosta. Mach's nicht plötzlich überdenk. Kommt doch mal an, Junge. 93 Tempo. 72 Schießen. Drin war er. Nein. Komm mal runter. Komm mal ganz schnell wieder runter. Ey, aber ganz ehrlich. Ich habe einen Ladebalken. Auf jeden Fall, ja, 6-2. Herzlichen Glückwunsch, Elias. Was ist denn bei dir das Teuerste? Keine Ahnung, ich glaube, die sind alle gleich scheiße. So, ich habe, ja, umgestellt. Vier Picks. Wenigstens alle gleich scheiße. Eli. Digga, das ist das erste Mal, das ist das erste Mal, dass ich sowas machen darf. Und ich habe mich immer gefragt, wenn ich sowas machen würde, würde ich immer auf jeden Fall den Torwart. Den Torwart? Der Torwart ist Fred, den ich gezogen habe. One to watch Fred. Ja, mega. Okay. Der Stürmer. Scheiße, das ist der Teuerste. Das ist Anatovic-Informance-Ipsi. Ja, Mann. Mann. Der linke ZM. Das ist Dani Alves, Champions League, 30k. Mann, ich kann aber auch aktuell diskarten, das geht es doch nicht. Und der rechte IV. Der rechte IV, das ist mein Torwart Uchoa. Okay. Und wie fühlt es sich an, sowas mal zu diskarten zu können? Richtig schön. Richtig schön. Aber ich habe auch immer ein Händchen dafür, ich sage es dir. Ich habe immer gewusst, wenn ich sowas mal machen darf, dann kann ich sowas. So, ich werde jetzt auf Illys Folge bei ihm diskarten. Also geht auf jeden Fall rüber. Links in der Beschreibung, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben auf das Video. Danke, dass du am Start warst, Elias. Das war es jetzt mal wieder komplett, Freunde. 6 zu 2. Geiles Ding. In dem Sinne, wir sehen uns morgen zum nächsten Video. Da sind jetzt alle die Schmauzer. Da sind alle die Schmauzer.